Gut, ja, dann gehen wir mal vor die Burg. Lena! Ah, der Typ war gar nicht irgendein Mann, sondern ist Julius. Ähm, wieso? Du hast mir schon mal geholfen. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob sie die richtige war. Bis ich gesehen habe, was da drin passiert ist. Ähm, ich hab auf diese Chance gewartet, sie zu bekommen. Ähm, und jetzt hat sie Glaive in ihrer Hand. Lena! Okay. Uh, das ist fies, der Arsch. Ist das eine... Okay, du hast keine Chance gegen mich, mein Schatz. Ähm, hm. Äh, Lena! Alles wird dunkel. Ich seh nix mehr. Alles okay? Lena, wo ist sie? Äh, Julius hat sie nach Westen in seinem Luftschiff mitgenommen. Toll, Luftschiff, super. Ähm, okay, ich gehe. Dann nimm das hier mit dir. Magic Book of Heal. Okay. Okay. Ja, cool. Einen Heal-Spear gekriegt. Der wird dann wohl ein bisschen stärker als Kyo sein, obwohl Kyo auch schon nicht schlecht war. Westward in his airship. Nach Westen. Da war doch auch die, ähm, die Zwergenhöhle, wie sie da vorhin erzählt haben. Jetzt gucken wir erstmal rein. Hier. Kling. Ähm. Ich hab immer noch nur 36. Nee, nicht Item. Weg. Das heißt... Hier... ... wird wohl Gift wegmachen. Was auch wiederum heißt, wir legen uns nochmal kurz schlafen. Ja. Ja. Möchte ich. Ja. Good night. So, frisch ausgeruht. Und mit... Feuermagie equipped. Speichern wir schnell. Ja. Möchte ich. Ja, dann auf Richtung Westen. Aber... Bevor wir da hingehen... Ach, toll. Äh, bevor wir da hingehen, gehen wir jetzt nochmal kurz nach Süden, weil... Ich hab nämlich hier die alte Karte richtig auf Papier ausgegraben, die wohl damals mal dabei war. Ähm. Und da soll es hier unten, genau, ein Pier geben. Okay. Nektar. Hm, lecker. Ein Pier. Ja, toll. Okay, gut. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt irgendwie ein Schiff und dann kann man da... Ähm... Irgendwo hinreisen, aber weit gefehlt, dem war nicht so. Zumindest jetzt noch nicht, sagen wir so. Komm mal her, ihr Wespen. Ich brauch nämlich noch EP. Ah, shit. Dreckswespen. Jetzt fliegt halt mal nicht so viel rum. Hallo. Danke. Ähm. Okay, mal... Warum ist es so ein Candy verbrauchen? Weil... Brauchen wir eh nicht. Ich glaube, ich bin demnächst nicht so geizig und brenne die einfach mit... Die Magie weg und da ist Ruhe hier. Oh toll, Sackgasse. Klasse. Geh mal halt da unten rum. Schweine im Weltraum. Schweine... War das von den Muppets? Ich glaube, das war von den Muppets. Schweine im Weltraum. Weltall. Na, wo der noch? Ah, böser. Böser. Krebs. Und die hauen auch ganz ordentlich rein. Die machen immerhin acht Punkte. Ich mein, okay. Oh, die können auch noch schießen. Ja, super. Hahaha. Bleib mal stehen. Danke. So ein Mist. So, okay. Wespen. Voll egal. Gut. Oh Mann, alle Sackgasse sind wohl ja. Sonst müssen wir kurz mal auf die Karte schauen. Wenn ich jetzt da hergehe, komme ich aber falsch wieder zurück. Da ist die Zwergmühle. Hm. Hm. Dann schauen wir doch mal hier oben, aber... Nein, nein, nein. Aber ich kann hier eigentlich nichts tun. Ach, geht halt einfach weg. Äh. Ich hab eh keine Chance. Genau, und da komme ich nur wieder zurück, wo ich überhaupt nicht hin will. Aber da müssen wir doch hier sein. Oh, ich bin schon. Ah, doch. Da war wieder Sackgasse. Aber vielleicht ist das gar keine richtige Sackgasse. Kann ich... kann ich... ne, boah, kann ich doch nicht. Ne, probieren wir es mal. Vielleicht ist eine Spitzhacke auch für Bäume gut, wer weiß. Nein, das ist nicht. Wen wundert das? Aber vielleicht... Er wird in sich lang. Und vorne noch wieder... Magic Equipment. Kann man da mal Q noch machen? Okay. Fire. Nein. Aha. Nee, okay, ist sicher. Macht da nichts. Hm. Hm. Jawoll. Echt, ist die so viel schwächer? Autsch, Autsch. So. Und da. Da komme ich auch noch wieder hin. Hm. Strange. Level up. Yes. Yo, Power ist wieder dran. Jawohl. Ähm. So. Schon wieder Nektar. Naja, bringt jetzt nichts auszuprobieren. War später. Aha. Die Sau. Okay. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade total dämlich an. Und es ist eigentlich total simpel. Oha, Arsch. Ähm. Oha, da geht's auch nicht durch. Also geht's hier wieder mal runter zum... Und zwar jetzt mal. Au. Wie ist das? Ja, aber da muss doch hier dieser Peel irgendwas bringen. Komisch. Komisch. Sehr komisch. Da komme ich mir rüber. Hm. Jo. Oha, hauli. Okay. Ähm. Dann mache ich an der Stelle nochmal kurz Pause. Ähm. Ist sowieso wohl jetzt Zeit hier ein bisschen was zu schneiden. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich nachgeschaut habe, wo es denn hier genau weitergeht. Verdammt noch eins. Jo. Bis dann. Ciao, ciao. 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 . Ciao.